Am 2. Advent, dem 9. Dezember, lud der Regionalkorps der Lutterstadt Eisleben zum Weihnachtskonzert in die Klosterkirche St. Marien nach Hefter ein. Unter der Leitung von Robert Vetter, der den erkrankten Chorleiter Joachim Prust vorübergehend vertritt, brachten die Mitglieder weihnachtliche Lieder zur Uhr. Unterstützung bekamen sie vom Quartett des Kolpingorchesters Manns Vetterland. O tut euch auf, ihr Tore der Welt, O tut euch auf, ihr Tore der Welt, Wer ist der König? Wer ist der König? Wer ist der König? Ein Ding, mächtig im Streit, ganz lieber Gott, ganz lieber Gott, hintere Gott. O, tut euch auf, ihr Tore der Welt, dass der König der Ehre ein Ziehe. Der Herr, der Herr ist ein großer Gott, der Herr, der Herr ist ein großer König. Alles Lobe, seinen heilen Namen, alles Lobe, seinen heilen Namen, alles Lobe, seinen heilen Namen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr, der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich. Wir heil und lieben, wie sie sich dreht, wir Albenjahrs mit Freien singt. Gelobet sei mein Gott, ein schöpferreich von Gott. Er ist gerecht, ein Wälder wert, sanft Mütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königreich, ein Königstum ist Heiligkeit. Sein Zettel ist mein Herzigkeit, sein Zettel ist mein Herzigkeit. All unser Gott zum Wälder bringt, wir heilen, das mit Freien singt. Gelobet sei mein Gott, ein Heiland groß von Tat. O Gott zum Wälder bringt, wir heilen, das mit Freien singt. Sein Zettel ist mein Herzigkeit, sein Zettel ist mein Herzigkeit. Geil und gange. Hertzlei.